Dass vor allem große YouTuber nicht gerade schlecht verdienen, weiß wohl jeder. Manche schaffen es sogar, Gehälter von Oberärzten oder sogar Managern in den Schatten zu stellen. Und das alles nur mit dem Hochladen von kurzen Videos. Einige deutsche YouTube-Stars sind allerdings so reich, dass sich auf ihrem Konto bereits mehrere Millionen befinden. Das liegt dann oft daran, dass sie vor allem auch neben YouTube sehr erfolgreich sind. Die YouTuber, die wir euch heute zeigen, wurden mit eigenen Firmen, teuren Musiklabel-Deals oder anderen Dingen zu Multimillionären. Nicht selten, sogar komplett ohne, dass ihre Fans davon wissen. Willkommen bei Wissenswert, heute mit sieben YouTubern, die viel reicher sind, als du denkst. Übrigens, wir werden immer wieder gefragt, was das Wichtigste ist für einen guten Start auf YouTube. Vor allem, um sich etwas hervorzuheben, ist das beste Mittel, eure Videos sehr professionell zu gestalten. Dafür braucht man vor allem eine gute Schnittsoftware. Die wohl beste Schnittsoftware für Einsteiger ist Filmora9. Mit Filmora könnt ihr ohne große Vorkenntnisse Videos schneiden und ganz einfach sehr coole und beeindruckende Effekte einfügen. Über den Link in der Videobeschreibung könnt ihr das Programm mal ausprobieren. Aber zurück zu unserem Video. Beginnen wir mit dem YouTuber Aaron Troschke. Auf seinem YouTube-Kanal HeyAaron präsentiert der Berliner seinen eine Million Abonnenten alle möglichen Videos. Vor allem seine Messebesuche oder Idiotentests zählen dabei zu den erfolgreichsten Formaten. Die meisten kennen Aaron durch YouTube. Doch was nicht jeder weiß, Aaron Troschke verdiente bereits auf vielen unterschiedlichen Weisen Geld. Und das auch nicht gerade wenig. Sein YouTube-Kanal ist nämlich eigentlich nur ein Nebenjob. Aaron hatte nämlich immer wieder eigene Unternehmen. Aarons erstes eigenes Unternehmen war ein Kiosk in Berlin, den er selber betrieb. Später kam er dann ins Fernsehen. Genauer gesagt zu Wer wird Millionär, wo er 125.000 Euro erspielen konnte. Auch bei Big Brother war er siegreich und gewann insgesamt 100.000 Euro. Was Aaron allerdings erst richtig reich machte, war eine clevere Geschäftsidee, die er 2014 mit zwei Mitgründern umsetzte. Die drei Berliner entwickelten eine Plattform, auf der Firmen Werbeanzeigen platzieren, für die sich Influencer dann anbieten können. Bereits vor zwei Jahren erzielten die drei damit schon einen Umsatz von über einer Million Euro. 2019 soll das verfünffacht werden. Am Anfang dieses Jahres erhielt die Plattform ein Verkaufseingebot in Höhe von einem mittleren siebenstelligen Betrag. Aaron und seine Mitgründer nahmen es an. Was sie alle auf einen Schlag, sofern sie es ohnehin nicht schon waren, zu Multimillionären machte. Theoretisch hat Aaron also eigentlich schon mit 30 fürs Leben ausgesorgt. Kommen wir zu Mrs. Bella. Die meisten kennen die Beauty- und Fashion-Expertin ausschließlich von ihrem YouTube-Kanal, auf dem sie inzwischen über eine Million Abonnenten besitzt. Doch Isabella, wie Miss Bella wirklich heißt, ist auch abseits der Videoplattform sehr fleißig. Zusammen mit der beliebten Kosmetikfirma BH Cosmetics entwickelte sie ihre eigene Produktlinie, die inzwischen nicht nur in Deutschland, sondern auch in den USA verkauft wird. Wie viele andere YouTuber auch, hat Bella zusätzlich auch einen eigenen Online-Shop, auf dem sie diverse Merch-Artikel anbietet, wie T-Shirts oder Make-Up-Taschen. Miss Bella ist zudem auch als Moderatorin tätig. Seit bereits vier Jahren führt sie durch den Glossy-Talk von Kosmetik-Hersteller Maybelline, den es ebenfalls auf YouTube zu sehen gibt. Doch wir sind immer noch nicht durch mit all den Tätigkeiten von Mrs. Bella. Sie ist nämlich nicht nur Moderatorin, Unternehmerin und YouTube-Star, Bella hat auch ein eigenes Buch verfasst. Mit Kontur und Confidence, Mrs. Bellas Beauty-Geheimnisse, stürmte sie an die Spitze der Amazon-Bestsellerlisten. Aber wie viel verdient die Beauty-Expertin eigentlich so neben ihren YouTube-Tätigkeiten? Genaue Zahlen sind nur schwer zu finden. Aber laut dem Datendienst Statista ist Mrs. Bella die erfolgreichste Beauty-Influencerin in Deutschland, mit dem teuersten Werbepreis. Schätzungsweise 24.000 Euro soll sie angeblich pro Werbepost auf Instagram verdienen. Ihr Monatsgehalt liegt vermutlich, wenn man alle Einkommensquellen addiert, bei einem mittleren bis hohen fünfstelligen Betrag. Weiter geht's mit BibisBeautyPalace. Sie ist die erfolgreichste deutsche YouTuberin. Und es ist quasi ein offenes Geheimnis, dass sie alleine mit dem Hochladen von Videos auf der Plattform sehr gut verdient. Bei regelmäßig über 20 Millionen Aufrufen im Monat und vielen Werbeplatzierungen ist es nicht unwahrscheinlich, dass Bibi in YouTube Deutschland zu den Top-Verdienern gehört. Laut dem Vermögenmagazin soll sie bereits ein Gesamtvermögen von über 2 Millionen Euro besitzen. Doch tatsächlich ist Bianca Claßen noch deutlich wohlhabender, als man vielleicht denken mag. Ihr YouTube-Kanal ist trotz der hohen Aufrufszahlen nämlich eigentlich nur ein Nebenverdienst. Vor allem ihre Duschschaum-Marke Bilou machte Bibi nämlich erst so richtig reich. Denn wenn man sich die Geschäftszahlen ihrer Marke so ansieht, fällt auf, dass ihre Bilou-Produkte in nur einem einzigen Jahr mehr als 3 Millionen Euro Gewinn einbrachten. Da das Unternehmen bereits seit 2015 besteht und die Produkte inzwischen sogar auch im Ausland erhältlich sind, kann man also sicher davon ausgehen, dass Bibi bereits mehrere Millionen Euro verdient hat. Und das nur mit dem Verkauf von Badeprodukten. Machen wir weiter mit Inscope21. Der 24-jährige YouTuber und Streamer gibt sich auf seinen Kanälen nicht nur als Entertainer und Fitnessexperte. Vor allem in den letzten Jahren präsentiert sich Nikolas Lazaridis, wie Inscope mit bürgerlichem Namen heißt, auch immer häufiger als Unternehmer. Das ist auch nicht ganz unbegründet, denn zusammen mit Fitness-YouTuber Tim Gabel gründete er Anfang 2015 ein eigenes Unternehmen. Und zwar die GIN Fitness & Lifestyle GmbH. Die Firma bietet viele verschiedene Produkte an. Beispielsweise vermarktet sie Online-Persönlichkeiten und managt deren Social-Media-Profile. Ebenfalls bietet das Unternehmen individuelle Fitnessprogramme an, wie zum Beispiel die Boss-Transformation von Rapper Kollegah. Und es vertreibt auch diverse Modemarken, wie Ola Kala. Ein Klamottenlabel, das von Inscope und Tim Gabel entwickelt wurde. Ebenfalls führt die GIN Fitness & Lifestyle GmbH auch ein Geschäft für Nahrungsergänzungsmittel in Stuttgart. Bei all diesen verschiedenen Geschäftszweigen kommt im Jahr natürlich auch einiges an Geld zusammen. Wie Inscope in einem Stream verraten hat, soll der Umsatz seines Unternehmens letztes Jahr mehrere Millionen Euro betragen haben. Das würde auch eine Erklärung für den extravaganten Lebensstil von Nico liefern, den er in seinen Videos häufig präsentiert hat. Inzwischen tritt der YouTuber nach eigener Aussage allerdings wieder etwas kürzer. Er lässt sich von seiner Firma nur noch ein verhältnismäßig kleines Gehalt auszahlen und will die Unternehmensgewinne vor allem wieder in neue Projekte stecken. Denn, wie er selbst sagt, braucht er nicht 20.000 Euro im Monat, um über die Runden zu kommen. Kommen wir als nächstes zu der YouTuberin Sallys Welt. Ihren Kanal hat Saliha Özcan schon seit 2012. Und präsentiert dort ihren knapp 1,6 Millionen Abonnenten regelmäßig Videos zum Thema Kochen, Backen und zur Gartengestaltung. Bei etwa 5 Millionen Aufrufen im Monat würde Sally nur mit YouTube-Werbegeld etwa knapp 5000 Euro verdienen. Doch Sally ist auf das Werbegeld kaum angewiesen, denn die 31-Jährige hat etwas geschafft, was nur wenigen YouTubern gelingt. Sie konnte aus ihrem Kanal eine ganze Marke aufbauen. Inzwischen hat Sally nämlich nicht nur eine eigene Fernsehshow auf Vox, sie hat auch einen eigenen Online-Shop, auf dem sie viele verschiedene Produkte, wie etwa Küchengeräte oder Backformen anbietet. Der Shop soll so gut laufen, dass inzwischen an nur einem einzigen Tag über 1000 Produkte verkauft werden. Ganze 30 Mitarbeiter sind derzeit für Sally aktiv. Und die junge YouTuberin hat sehr große Wachstumspläne. Für ihr neues Küchenstudio und Firmengebäude investierte sie bereits 6 Millionen Euro. Und ihre Shops und Webseiten hat sie inzwischen zu einer eigenen Online-Plattform ausgebaut, mit 1,6 Millionen Besuchern jeden Monat. Sally ist heutzutage also mehr als nur eine YouTuberin. Sie ist Unternehmerin mit eigener Marke und heute vermutlich bereits Multimillionärin. Machen wir weiter mit Fresh Torge. Der Norddeutsche ist quasi ein YouTube-Urgestein. Seit 2009 ist er inzwischen auf der Plattform unterwegs und sein Kanal Fresh Altefolie zählt derzeit unglaubliche 3 Millionen Abonnenten. Vor allem die Videos, in denen Torge in bestimmte Rollen schlüpft und Assi-TV-Sendungen wie Frauentausch oder Familien im Brennpunkt parodiert, erfreuen sich schon seit Jahren extremer Beliebtheit. Torge ist den meisten vor allem als genialer Comedian bekannt, der es schafft, auch mit wenigen Mitteln gut zu unterhalten. Doch tatsächlich ist Torge auch unternehmerisch aktiv. Anders als viele YouTuber in dieser Liste hat er allerdings keine eigene Firma aufgebaut, sondern verfolgte eine ganz andere Art von Großprojekt. Und zwar seinen eigenen Kinofilm. 2015 veröffentlichte er zusammen mit der Produktionsfirma von Otto Walkers den Film Kartoffelsalat, in dem zahlreiche große deutsche YouTuber mitspielen. Torge selber wirkte am Drehbuch mit, suchte auch die Drehorte aus und spielte sogar die Hauptrolle im Film. Auch wenn Kartoffelsalat bei den Kritikern heftig durchfiel und mit nur 1,3 Sternen auf der Filmplattform IMDb als einer der schlechtesten Filme aller Zeiten bewertet wurde, so hat sich der Dreh für Torge aus finanzieller Sicht auf jeden Fall gelohnt. Bereits in der ersten Woche spielte der Film schon knapp 2 Millionen Euro ein, was für eine deutsche Produktion bereits überdurchschnittlich gut ist. So gut sogar, dass Torge bereits an einer Fortsetzung des Kinofilms arbeitet. Ab Oktober diesen Jahres sollen die Dreharbeiten zu Kartoffelsalat 3 beginnen. Nächstes Jahr erscheint der Film dann im Kino. Warum es allerdings bereits schon einen Teil 3 gibt, ohne einen Teil 2, können wir euch nicht erklären. Kommen wir als letztes noch zu Katja Krasavice. Die Leipzigerin, die sich auf ihrem Kanal gerne auch mal etwas freizügiger präsentiert, hat zwar eine große Reichweite auf YouTube, Doch da ihre Videos in der Regel nicht wirklich jugendfrei sind, verdient sie häufig kaum Geld durch Werbeanzeigen auf YouTube. Das bedeutet allerdings nicht, dass Katja auch an sich nicht viel verdient. Ganz im Gegenteil. Sie hat heutzutage viele verschiedene Einkommensquellen, was es ihr ermöglichte, ein beachtliches Vermögen aufzubauen. Bereits seit 2017 versucht Katja vor allem mit Musik erfolgreich zu werden und hat das auch geschafft. Auch wenn sie keine perfekte Stimme hat, so schafft sie es mit Kollaborationen und Videos, in denen Leute auf sie reacten, Aufmerksamkeit für ihre Songs zu erzeugen. Ihre Musikvideos haben heutzutage viele Millionen Aufrufe und Katja tritt bereits als Show-Act in vielen Clubs und Diskotheken in Deutschland auf. Ihr Vermögen soll sich inzwischen auf unfassbare zweieinhalb Millionen Euro belaufen. Hättest du gedacht, dass sie so reich ist? Und was denkst du über das Vermögen der anderen YouTube-Stars aus diesem Video? Schreib es uns mal in die Kommentare. Ach und wenn du auf der Suche nach einem einfachen Schnittprogramm bist, mit dem du professionelle Videos erstellen kannst, dann check mal Filmora über den Link in unserer Videobeschreibung ab. Das war's mit Wissenswert. Wir sehen uns dann das nächste Mal. Macht's gut! Und dann check mal Filmora über den Link in der Videobeschreibung.